hallo und herzlich willkommen zurück hier im rs 19 auf der gemeinderade ja wie ihr sehen könnt habe ich angefangen zu häckseln da das gras noch nicht getrocknet ist wir sind ja auch am nächsten tag angekommen ja ich werde das jetzt weiter machen ich werde das jetzt als timelapse machen und ja wünsche euch dabei dann viel spaß ich kann't explain why my whole world is feeling so far Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 We know that my God was ever I want you to know We won't see tomorrow I want you to know We won't see tomorrow But the time you beat this has begun To a place I know For a place I'm here We've gone back like I was ever I want you to know I want you to know I didn't end this way I want you to know We won't see tomorrow We won't see tomorrow We won't see tomorrow We won't see tomorrow For a place I'm here We won't see tomorrow We won't see tomorrow We won't see tomorrow so und da wären wir wieder beim festfahren. Wie ihr seht, dann hat man das Fels aufgemacht. Über 650.000 Liter drin ist auf jeden Fall deutlich mehr wie beim Grünroggen. Beim Grünroggen hatten wir auf dem Feld 19 in der letzten Sonde gehabt und das hatten wir auch direkt gehäckselt. Da waren es knappe oder da waren es 375.000, also der Mais bringt doch deutlich mehr. Das ist einfach so. Der Mais bringt deutlich mehr wie der Grünroggen an der Draht ein. Gut, ich werde das hier jetzt noch weiter verdichten und dann schicht den Schach. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, gerne auch ein Abo, würde ich mich nicht drüber freuen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.